Ich bin der Adrian, er, und identifiziere mich als Trans-Mann. Bist du momentan in einer Beziehung? Aktuell bin ich in keiner Beziehung. Hat gar keinen größeren, tiefsinnigeren Grund. Ich hatte natürlich schon Beziehungen vorher, auch während meines Weges sozusagen. Ja, also das war einfach so, dass die Leute mich teilweise vorher schon gekannt hatten. Von jahrelanger Freundschaft einfach oder halt durch den Bekanntenkreis irgendwie. Das heißt, die wussten auch über meine Geschichte Bescheid, was es natürlich vereinfacht hat. Also dieser Prozess dann zu sagen, ich muss mich jetzt irgendwann outen, der fiel halt einfach weg, weil es klar war für die Person, was für eine Vergangenheit bei mir auch mitschwingt. Aber das war kein Problem. Also es war für die vollkommen in Ordnung. Klar war es eher für die Gesellschaft ein Problem. Also die wurden oft angesprochen, bisherige Partnerinnen so von wegen, ja, du weißt aber schon, dass der Adrian, er war es so. Er früher mal eine Frau war, ja, so. Aber das war für die überhaupt gar kein Thema und das fand ich cool. Also ich habe niemanden beziehungsmäßig deswegen verloren. Die Beziehungen gingen aus anderen Gründen auseinander, weil es einfach nicht gepasst hat, so interessensmäßig. Aber jetzt nicht wegen meinem Transsein. Also das hat nie eine Rolle gespielt in Beziehungen.